So. Okay. Ähm. Ähm. Hier. So. Okay. Brauch ich noch nicht mal das Pferd für. Schade. Aber mal schön das wieder gesehen zu haben. So. Ich bin gespannt was wir jetzt machen. Gespannt. Entschuldigung. So. Hä? Unnötig. So. Wacher wohl nicht. Hier müssen wir hin. So. Hier. Wach. 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 Ja. Barthor, ich bin nicht weg. Ich brauche nur Zeit. Ich brauche Zeit. Und keine Trailer. Irgendwie habe ich das Gefühl. Wir können mal ganz kurz gucken. Guckt euch mal sein Gesicht an. Er sieht irgendwie ein bisschen weiß aus. Sieht irgendwie ein bisschen abgenutzt alt aus. Entschuldigung, dass ich das so sage. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er so aussieht. Ich glaube, das heißt nichts Gutes. So. Soll ich das wirklich anklicken da unten rechts? Nichts, was da steht. Ich sage nur eins. Schön. Ich sage nur eins. Ich sage nur eins. Ja. Ich habe ein bisschen scouting da, weil ihr boys sind weg. Und? Hm. Wir sehen uns. Ich weiß noch nicht. Ich fahne mich. Ich fahne mich. So. So. Und so. Oh, noo. Oh, noo. Ich fahne mich. Ich fahne mich. Es ist nicht wert, wenn ich mit Böten zusammenfahre. Okay. Sicher. Nur für Sicherheit. Es ist gut, dass du wiedersehen kannst, Charles. Du auch. Ich fahne mich. Für was du in Saint-Denis. Sehr stolz. Du siehst so aus. Ich fahne mich. Du und Abigail haben beide getötet. Ich fahne mich. Ich finde einen Platz, um zu bleiben zu bleiben. Dann habe ich einen Rennen mit einem Wagen von Arbeitern nach dem Feld. Abigail hat gesagt, dass sie, dass sie, irgendwie, dass sie wegschrauben, wenn sie Hosea genommen haben. Du hast gut gemacht, dass die anderen rauskommen. Und alle zusammen. Alle waren ziemlich schocken, als ich zurückgekommen bin. Es war ein paar Tage schwer. Ich kann es nicht ohne Sadie machen. Wie hast du diesen Platz gefunden? Oh, da kommt hier ein schönes Wetter. Ich dachte, dass du das Gesetz mit dir gebracht hast. Und wo hast du wieder angefangen? Kuba? Oh, nicht genau. Eine Eiland von dort, genannt Worma. Wir sind in einer Hebatruppe. Wirklich? Eine tropische Eiland. Das ist nicht nur was Dutch wollte? Ja. Ich denke, es hat nicht genau zu sein, zu seinen Ideen. Insofern. Ich bin immer sicher, dass Dutch weiß was er will. Vielleicht nicht. Aber er hat immer versucht, Dinge herauszufinden. In der Vergangenheit. Ich weiß. Du bist richtig. Aber... Es hat... Ich glaube, ich vermisse Hosea. In dieser, äh... Wissenheit. Du weißt. Natürlich. Ja, da fehlt mir, ehrlich gesagt, auch ein bisschen. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl mit ihm. Ähm... Also... Den mal grad spielen. Hier. Weiß nicht genau. Beim Gesicht sieht die irgendwie nicht gut aus. Mhm. Mhm. Schön. Ja. 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 Was macht denn der da? Okay. Hä? So redet der nach rechts? Oder nach links gehalt? Oh. Na, ist egal. Es ist jetzt nicht viel weiter. Also... Ich habe ein bisschen Zeit auf diesen Weg, während du weg warst. Ich fuhr in den Ränsfall und Egelfliehen. Die Indien. Und ich habe versucht, ein bisschen zu helfen, wo ich kann, in der Reservierung. Dinge sind... ... 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